Sieh mal einer an, wir haben etwas übersehen. Ein weiteres Siegel. Ein weiteres Siegel. So heißt das richtig. Nun ja. Und sogar eine Flaschenpost. Aber ich weiß jetzt nicht, wo wir ein Siegel einfügen könnten. Ich meine, so eine... So ein Sockel, der da so ein bisschen als Barriere fungierte. Fürs Weiterkommen habe ich jetzt hier nicht gesehen. Und es gab auch hier bei diesem Stein mit der Farbe aus dem All keine Aussparung, oder? Ist das eine? Nö. Nun. Hm. Vielleicht das kleine Idol dort hinten, das uns diese abscheuliche Vision hat zukommen lassen. Aber dort habe ich auch keine Aussparung gesehen. Und ich kann immer noch nicht interagieren. Ich hätte gern das 3D-Modell von dem, damit man das ja schön in STL-Pfeil umwandeln kann und dann aus dem 3D-Drucker kommen lassen kann. Weil das Ding sieht super cool aus. Hier geht es auf den Berg. Oder? Oder auch nicht. Nein, hier kommen wir leider nicht hoch. Die Flaschenpost haben wir auch genommen. Ja, die ist leer. Hm. Das hier ist auch nichts. Der tote Hai. Gibt uns auch nichts. Jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Von hier sind wir gekommen. Ja, ja. Und hier hinten gab es diese Flasche. Und die Musik wird wieder schön. Ah. Wunderbar. Wenn diese Musik spielt, fühle ich mich richtig gut. Es ist zwar einsam und verlassen, aber es ist nicht so schlimm wie das, was vorhin lief. Also die Atmosphäre und vor allem die Soundkulisse, die wir hier haben, ist wunderbar. Hier, das klingt doch gefährlich. Das will doch niemand hören. So, hier kommen wir auch nicht lang. Nee. Nee, nee, nee. Gut. Kommen wir dorthin? Vielleicht. Ich bezweifle es sehr. Nee. Und dementsprechend können wir wahrscheinlich auch nicht hier hin. Nee. Oder? Ah, so nah und doch so fern. Nein, man kann tatsächlich nicht hier rüber. Oder hier durch? Nein, hier hört es auch auf. Leider, leider. Dann gehe ich mal wieder zurück zum Leuchtturm. Ich habe wirklich keine Ahnung, was zu tun ist. Wir müssen immer noch zu dem einen Boot, das wir durch das Fernglas gesehen haben. Das ist der nächste Anhaltspunkt, den wir jetzt hier so mitbekommen haben. Aber die Frage ist, wie kommen wir denn dorthin? Und wieder schöne Musik. Ah, wunderbar. Wo kommen wir denn hin? Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde, dass wo wir hin kämen, aber niemand gehen würde, um zu sehen, wo wir denn hinkommen? Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Hat denn diese Grube noch etwas? Hm. Ich steige mal wieder hinab. Und wir kommen wieder dorthin, wo einst der Monolith stand, der jetzt schon weit, weit entfernt irgendwo um die Insel läuft. Vielleicht läuft der ja eine Runde und wenn er zurückkommt, können wir ihn wieder starten. Ich weiß es nicht. Lustig wäre es. Aber das würde dann schon ganz schön lange dauern, weil der Monolith ist groß und langsam und die Insel ist groß. Und ist das ein Pfeil, der mich in diese Richtung weist? Nö, da kommen wir gar nicht lang. Es sind lauter Pfeile, die mich in irgendwelche Richtungen weisen. Fragen wir mal unseren Freund aus Space Odyssey und die Sphäre. Vielleicht haben die etwas zu sagen. Was wir jetzt mit diesem mit diesem neuen Siegel anfangen können. So, gleich sind wir da. Okay. Du hast keine Aussparung, die wir nutzen könnten. Und du bist kugelrund. Ohne Aussparung whatsoever. Was ist mit dem Altar hier hinten? Ich denke nicht, dass der uns irgendwelche Möglichkeit gibt. Nein, hier hat sich nichts verändert. Hm. Hm. Nun. Nun, 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 nun. Ja, äh, äh, es tut mir leid, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich, äh, komme einfach nicht weiter. Was ist das? Was ist das? Eine Metallkugel mit dem Abbild eines Oktopuskopfes. Können wir aber nicht mitnehmen, oder? Haben wir jetzt nicht mitgenommen. Nee. Wir haben noch ein Siegel und eine komische Statue. Eine Metallkugel mit einem Oktopuskopf. Die wir nicht mitgenommen haben, sondern einfach in Sand haben liegen lassen. Da geht's auch nicht lang. Ja, es tut mir leid, aber ich bin jetzt echt überfragt. Ich weiß nicht, wo man hin soll. Wohin soll man gehen? Jetzt kommt wieder die gruselige Annihilation-Musik. Boah, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Juhu. Es schüttelt mich. Sollen wir zurück zu unserem Schiff? Zurück zum Schiff. Dort, wo alles begann. Beim Schiff. Nun, ich bezweifle es, aber... Na, liebe Möwe? Sag mir, wo soll ich hin? Aha. Aha. Interessant. Ich denke nicht, dass sie uns etwas zu sagen hat. Flaschenpost haben wir schon gelesen. Ups. Hier stecken wir ein wenig fest. Da kommen wir nicht drum herum. Hier auch nicht. Ich bin jetzt... Offiziell überfragt. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin wahrscheinlich... Zu blöd, um das Offensichtliche zu sehen. Hundertprozentig. Weil ich kann mir echt nicht vorstellen... Dass die uns jetzt hier einfach so... Gestrandet lassen. Versteht ihr? Wegen Schor-Strand. Ja. Naja. So. Hey, sieh mal. Der Stein, der sieht auch aus wie... Als ob er einen Oktopus-Kopf hätte. Da steht auch was geschrieben. Das ich nicht lesen kann. Hier. Das Opfer des... Rechten Arms. Doch leider nichts weiteres zu finden. Was gab es denn noch? Gab es noch etwas im Leuchtturm? Hat sich da etwas verändert? So. Hier ging es zu Monolithen. Da haben wir gesehen, da gibt es nichts. Da gibt es den Monolithen, die Sphäre und den Altar. Hinter dem Leuchtturm haben wir die Farbe aus dem All. Aber auch nicht mehr. Und hier im Keller. Und hier im Keller. Konnten wir auch nichts mehr machen. Die Handabdrücke. Die Handabdrücke. Sagen einem nichts. Zumindest mir jetzt momentan nichts. Und hier gab es wahrscheinlich auch nichts mehr, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe nochmal alles ab. Das haben wir uns ja angesehen. Zusammengebundene Zeitung. Die Kritzelei. Karten. Kann man hier ein Siegel platzieren? Nein. Das hier kann ich leider auch nicht mehr benutzen. Geht es hier lang? Wenn ich jetzt hier aus dem Leuchtturm komme. Das ist ja die... Ist das die Vorderseite des Leuchtturms? Ja. Da gehen sie mal. Geht es dann da lang? Sieh mal. Hier. Hier so weiter. Drumherum. Und dann da runter. Könnte das sein? Ich gucke es mir mal an. Ich gucke es mir mal an. Das hätte mich jetzt schwer gewundert, wenn es wirklich so wäre. Also, wo ist der Balkon? Da ist der Balkon. Und wir haben gesagt, hier in diese Richtung. Und dann da so runter, ne? Da kommen wir dann zu einem Schiffswrack. Dort hinten. Ah, sieh mal eine Ahan. Sieh mal eine Ahan. Ja, sehr gut. Hey, ich wusste doch, dass es funktioniert. Cool. Shift, sprinten, halten. Gut, dann sprinten wir. Sprinten, sprinten, sprinten. Es fühlt sich, als ob es immer ein Teil von mir war. Als ob es mich auf mich genommen hat und es nicht gehen lassen hat. Ein anderer Fuß in der Sand, aber diese Zeit sinkt deeper hinter dem Schiff. So, gehen wir mal zuerst nach rechts, um zu sehen, ob wir hier nicht noch Flaschenpost haben. Das ist eine Muschel, keine Flaschenpost. Hier nisten Seemöwen. Und hier kann ich wahrscheinlich nicht durchkriechen. Auf dem Berg steigen kann ich auch nicht. Nicht wirklich. Und hier geht's auch nicht weiter. Gut, sehen wir uns mal dieses Schiffswrack genauer an. Naja, gibt nicht viel zu sehen. Wir können auch nicht weit reingehen. Und hier gibt es eine Flaschenpost. Der Tag 30. Elliot versucht, die brokenen Parts auf einem Boot we found. Wenn er es nicht zu bauen, dann können wir eine Chance auf diese Ort verschwenden. Wir müssen zumindest versuchen. Es gibt nur drei von uns, der jetzt in unsere Kruppe. Wir können nicht mehr Zeit hier verwendet. Als ob Zeit in diesem Ort existiert. Ich denke, ich beginne, meine Meinung zu verlieren. Ich kann meine Wälder hören, nachdem ein schriechendes Geräusch meine Hände zu hören. Wenn du das leidest, dann schau dich nicht an uns. Und wir haben ewig Zeit, um ein Boot zu bauen. Wir haben keine Wälder zu gehen, wenn die Nacht kommt. Manchmal scheint es uns in großartig zu folgen. Wir befinden uns in der kleinen Kau. Oh Gott, ich kann das echt nicht lesen. Das ist wirklich schlecht geschrieben. Ich lese mir mal die Zusammenfassung im Inventar durch. Ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll. Das hier beschriebene Monster ist furchteinflößend. Ich habe aber keinen Grund, an dessen Existenz zu glauben. Am Ende der Nachricht schreibt er, dass er versuchen möchte, das Biest zu fotografieren. Aus irgendeinem Grund bin ich dagegen. Obwohl ich nicht an die Existenz glaube, würde ich ungern Zeuge seiner Verwirklichung werden. Es war sehr stark. Es war sehr stark. Es war sehr stark. A boulder before it... Was? Huttered into pieces? Shattered into pieces, glaube ich. With a single strike. My other half mind tells me I should stay behind and study them. And the other half tells me I should leave now. John... John... John? John one... John one of the crew members found... Some one of the crew members found a camera. If we get it to work, we should try to take pictures. Was? Bin ich streng dagegen. Hast du die Kamera gefunden? Hm. Das scheint ja mal ein richtig großes Schiff gewesen zu sein. Und dennoch ist es an diesen Ufern zerschellt. Gehen wir mal weiter. Wir sind fast an dem Boot, das wir als unser Ziel auserkoren haben. Ist das ein Flugzeug? Ja, das scheint ein Flugzeug zu sein. Keine Abzweigung. Und ein weiteres Foto. Wir, unsere Tochter und ein Hundewelpe. Ein Spielzeugboot unserer Tochter. Wir müssen sie finden. Koste es, was es wolle. Eine weitere Flaschenpost. Eine weitere Flaschenpost. Es ist nicht meine Schuld. Eine Person hat hier bereits sterben. Jay sprach über eine Schadung, die zwischen den Rücken schreit. Wir können nicht mehr auf dieser Isle bleiben bleiben. Wir müssen jetzt weg. Wir müssen sofort hier runter. Wir müssen sofort hier runter. Ja. Anfang